Servus Leute, was geht? Euer Thomas am Start und heute löse ich mal mein erstes Last Man Standing Video auf. Mittlerweile sind wir mit unserem Team schon Rang 8 in der Golddivision von 131 Teams in der Golddivision. Und ich muss sagen, heute ist Donnerstag und wir haben uns bei einem getroffenen im Haus auf seiner Leitung Liga gezockt fast den ganzen Tag. Leute, alles Abnormals für Spiele, die wir gerissen haben. Ich habe zum Beispiel ein Gnadenlos im Suchen und Zerstören erreicht. Ich glaube, mein Endscore war 11 zu 2. Das war ganz lustig, also der ganze Nachmittag war richtig geil und nochmal Props an die Leute, die dabei waren. Mittlerweile habe ich mir meinen ersten Hater eingefangen, ja, mein erster Hater. Und ganz ehrlich, ich bin stolz drauf, einen Hater zu haben, denn ganz ehrlich, ohne Hater ist man doch gar kein echter YouTuber. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ich habe damit auch kein Problem, denn ich kriege auf jedes Video so verdammt viele Likes. Und mein eines Video hat innerhalb von einem Tag die 100 View-Wake geknackt. Was war da los mit euch, Leute? Was war da los? Naja, jetzt werdet ihr gleich sehen, was passiert. Die meisten von euch waren richtig gelegen und haben getippt, dass ich es überleben werde. Ihr werdet sehen, wie ich das mache. Und in Liga dauert es ja 9 Sekunden, die Bombe zu entschärfen. Ist uns heute aufgefallen, denn einer hat es gerade noch so geschafft. Wir haben uns gewundert, oh, er entschärft die Bombe, wie lange dauert es jetzt? Aber was soll's? Ja, morgen wird ein normales Commentary kommen. Game-News habe ich auch eigentlich schon wieder fast genügend für ein Video über die Xbox 27, PS4, ein neues Spiel von World of Warcraft machen. Aber was soll's? Wir sehen uns beim nächsten Mal und haute rein!